Tag gesagt und Grüße aus Tirol! Nachdem wir gerade eben den BSC Final Target Parcours geschossen haben, haben wir gedacht, irgendetwas geht heute noch bei dem Wetter und sind nach Penzing gefahren. Nehmen wir uns jetzt den Parcours noch vor und zeigen euch wieder ein paar Bilder, ganz zwanglos, einfach ein paar Impressionen. Kommt mit, habt Spaß, wir werden ihn auf jeden Fall haben. Hallo? Na? Ich bin alles jung, also geht nicht immer ab. Der Ihnen hat ein Fahrrad bei, hast du das gehört? Ja. Du siehst ja schick aus. Geht mal hier, über uns läuft hier noch quasi die Seilbahn. Ist das ein blauer Himmel? Und Wasser rauscht. Hier ist die 2. Da steht ein Wolf. Da hinten. Ja, sehr cool. Ich schieß mal, ja? Und wieder reißen, aber... Hat jemand einen Pfeil von mir? Ja. Gut. Und jetzt die Linus. Und ein Wetter. Der haben wir. Gibt mal da oben einen Paraglider. Ich wollte das nicht ablenken. Aufzuwerfer. Yo, Sitz! Jawoll. So, wir müssen hier. Passt schön auf, da ist Strom drin. Ja, Pfeile ziehen, gestaltet sich hier immer spannend in Penzing, wir müssen sowieso rüber, ja, das ist ja wie im Fernsehen, also wie auf YouTube, wenn die ins Wasser fallen, die Leute. Ey Katze scharf. Jawoll, kann ich den Bogen bei dir lassen, ne, cool mal Pfeile. Da ist noch eine Ente. So an der 6 angekommen hier in Penzing, durften wir gerade, wie sagt man, so eine Mountainbike Abfahrt, so eine Parcours, wie heißt das denn das, so ein Downhill Trail kreuzen und haben jetzt Bergzicken oben im Hang und wieder mal Wasser dazwischen. Ja. War wirklich cool gestellt, oder? Ja. Jawoll, genau so, dieselbe Stelle. Könnte noch Ben sein. Ja, der ist drin. Jawoll, haha. Jawoll, haha. Jawoll, haha. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade hier filmen. Ja, ich hab keine Ahnung, was ich gerade hier filme. Was ist denn, wie heißt das, was ich gerade filmen habe? Katze? Ja. Ja, ich hab keine Ahnung, aber, was ich noch Olha für eine Ahnung, kann ich auf das Garten gehen. Wow! Das ist so, ich habe ja auch noch ein neues Garten gehen. wir haben uns für die kleine runde jetzt entschieden werden aber hier schon wieder belohnt mit einem wunderschönen bergaufschuss drei zicken oder drei böcke da oben die sehr sehr schön da oben in die landschaft integriert sind sieht wie er mal richtig geil aus ja der ist irgendwo im been der ist drin das war foto Okay, das schon. wollen wir an zu rennen wenn die sich bewegen was machen wir laut schreiend war auch nur für ich eigentlich ans außen weil du die rote hose der erste guckt er hat die ohren auch schon gestellt ist ihm egal kennt das schon aber noch mal so und jetzt ja wir hätten abbiegen müssen wahrscheinlich auf der wiese fancy kleine runde wunderbar angenehm zu gehen ein paar schöne ziele auch nett gestellt auf jeden fall ebenfalls sehenswert so wie wahrscheinlich jeder parkour hier in tirol hat also auch hier spaß gemacht würden wir jederzeit noch mal machen kann man endlich nur empfehlen kommt her guckt euch die sachen selber an es macht einfach spaß ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020